ich habe mich früher nicht eher noni umsonst gemacht wie geht's dir du hast krank ein bisschen erkältet gute besserung heute geht es um meinen fertigen ladeluftkühler die wir selber gebaut haben gerade noch wichtigkeitsprüfung gemacht er ist nicht das ist das wichtigste ganz zum schluss habe ich dir selber geschweißt hier haben wir überall alles schwarz gemacht ja ich weiß es ist nicht super ich lerne ja noch wie geschweißt das ist wie fahrrad fahren wenn man das einmal drauf hat dann macht man das und dann wird sie mal besser und besser das ist klar aber der mutter war stolz auf mich gesagt hast du gut gemacht hier war ungefähr ein zentimeter platzieren zentimeter platz da hinten da habe ich einfach mal ein bisschen übertrieben das ding ist dicht ich hatte ein zwei stellen gab die habe ich dann noch mal zugeschweißt ich zeige euch wie ich das jetzt einbauen werde man kann es doch immer wieder ändern wir werden es doch immer wieder ändern und schluss habe ich vergessen ich hätte aber kein schweiß dran gehabt deswegen konnte ich da nichts mehr machen das passt das passt so sieht das aus hier haben wir ein problem muss das hier noch mal abschneiden und noch mal ein bisschen tiefer setzen daran habe ich gar nicht gedacht der kompressor liefert ja nicht sofort druck was passiert der mutter saugt der ganze zeit und zieht die ganzen schläuche zu berühre mal bitte die schläuche überall und dann sag mal was du hast die stabilisiert ich habe die ganzen schläuche innen drin verstärkt noch mal also wenn ich die schläuche innen drin alle rohre raus nehmen würde könnten ein rohr schweißen so habe ich das gemacht ganz abgeschnitten richtig schön wie lego system so angepasst dass wir keine kanten haben dass wir keinen stauraum haben das rohr kommt bis hier hin und das andere wurde so geschnitten dass er genau drauf passt und hier keine kanten haben laden und kühler ist schon drin tschüss dich davor war das so ich habe den angemacht so zugedrückt so dass er überhaupt keine luft mehr gekriegt hat also lehrlauf regler zieht ihr auch von der ansorgung luft so wenig spalt haben zum ziehen und dann habe ich natürlich ganze zeit gefragt warum leute so bescheiden ganze zeit so bis jetzt gefällt mir haben wir eigentlich diesen 0,9 0,7 0,8 bar das wenn wir jetzt nicht machen wir werden einen laden druck anzeige nehmen hier direkt messen am kompressor selber wie viel laden druck erzeugt laden druck ist ja so der geht erst rein macht nur kurve geht wieder zurück messen wir einmal an der ansorgung wie viel laden druck hier endeffekt im motor ankommt ich sag mal der kompressor bringt 0,8 bar super aber wenn wir eine ansorgung brücke dann auf einmal 0,4 bar haben da sind ja irgendwo die 0,4 bar flöten gegangen und dann werden wir natürlich suchen wo das heißt wir werden noch mal die schläuche komplett modifizieren das heißt so gerade weg wie möglich hier ein machen und einen geraden weg wieder zurück in die ansorgung machen das aluminium das heißt hier drauf kommt ein blech festschrauben kommt ein blech festschrauben und hier kommt noch mal ein blech festschrauben und das ganze dann noch mal verstecken das hätte ich jetzt machen können habe ich aber extra nicht gemacht weil wir erstmal auf diese ergebnisse mit dem lade druck erstmal abwarten weil geht hier nichts flöten dann kann ich sofort hier diese halterung einbauen geht aber was flöten ich hoffe nicht das heißt das ganze noch mal verlängern und dann so ein bisschen schräg machen dass wir echt hier einen schönen geraden weg haben und das gleiche wenn wir dann hier auch machen bitte schreibt das mal in die kommentare wie ihr die optik findet was willst du wissen wie das jetzt aussieht so stabil gemacht finde ich ja vor allem ist es ja das wichtigste ist ja funktioniert ist dazu kommen wir ja gleich ja das zählt doch sieht doch ganz stabil hauptsache es sitzt alles ist irgendwo irgendwas was es nicht berühren soll ladeluftkühler sieht man nicht das ist doch perfekt hier ne ladeluftkühler wir haben sehr viel platz so wie werden hier bleche reinschweißen das heißt hier wird dazu sein und hier wird dazu sein und dann ganz runter unten wird er auch zu sein und dann wird der luft hier reinkommen und sich hier verstauen dass die luft in die richtige stelle kommt und luft sucht sich den leichtesten weg schließt auch alles ist ladeluftkühler es muss kühlen fahr einfach normal auf der straße dann auf der landstraße und später fahre ich auf der autobahn guckt euch diese ausschnitte an und guckt euch mal was dieser ladeluftkühler an eine ansorgt temperatur bringt ein guter ladeluftkühler ist so also haben wir zehn grad kühlt unsere ladeluftkühler im optimalfall unsere ansorgt temperatur auf 20 grad das ist gut wenn man jetzt draußen zehn grad hätte wenn man zehn grad hätte das ist gut dann wäre es gut wenn er 20 grad dann hat sondern wenn das 20 grad ansorgt temperatur ist gut was alles drunter ist ist super guckt euch das ganz kurz an ich mache auch schöne musik drunter dann sehen wir uns gleich wieder ja ja Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020